Geschichten aus Indien Am Ganges Ruhig wirken die braunen Wassermassen des heiligen Flusses. Nur an den schweißnassen Gesichtern der sonnenverbrannten Ruderer, welche die Pilger und Reisenden am Ufer entlangfahren, erkennt man die starke Strömung und natürlich an den schnell vorbeiziehenden Müllinseln, die mit welken Blüten verziert sind. Der Fluss ist heilig, das Wasser ist heilig. An den Badetreppen sitzen die Kinder und die Heiligen. Ein weitgereister Pilger macht sich für sein rituelles Bad bereit. Aus dem fernen Mumbai reist er jedes Jahr an. Ordentlich legt er kleine Päckchen Duschshampoo bereit und sieht langsam seinen teuren Anzug aus. Armani oder Boss, irgendetwas Westliches. Die Abendbrise lässt nach und der Verwesungsgeruch nimmt wieder zu, vermischt sich mit dem Geruch der Totenfeuer weiter flussabwärts. Alles, was die Stadt an Abfall hat, landet irgendwann im Fluss. Eine Kanalisation gibt es nicht. Kleine Rinnsale fließen die Treppen hinab. Sorgfältig wäscht der Pilger seinen Anzug in den braunen Fluten und legt ihn zum Trocknen auf die staubigen Treppen. Dann beginnt seine Waschung. Mehrmals taucht er unter und reibt sich mit Wasser und Duschgel ab. Keine zehn Schritte von ihm entfernt reißen zwei Hunde am Kadaver einer aufgedunsenen Ziege herum, die der Fluss angespült hat. Vom Dach eines der kleinen Schreine, die in der Trockenzeit langsam wieder aus den Fluten auftauchen, springen übermütig schreiend ein paar Kinder ins Wasser. Es schwimmen nicht mehr so viele Tote wie früher durch die Stadt. Mehr Familien können sich jetzt das Holz für die Feuer leisten und vor der Stadt werden immer Netze aufgespannt, wenn der Fluss wieder sinkt. Nur noch selten findet man von den Hunden angenagte Knochen und Schädel auf den Treppen. Es könnte die westlichen Reisenden verschrecken. Wer in diesem Fluss badet, dem geben die Götter Glück und ein langes Leben. Der Pilger nimmt einen vergoldeten Becher und bedeckt ihn mit einem nun gelblichen Tuch. Dann schöpft er das Wasser des heiligen Flusses und trinkt in tiefen Zügen. Innere und äußere Reinigung. Voll von Leben ist die Stadt, wie sie gelb und rötlich schimmert im Dunst, während die Abendsonne über den trägen Fluten des braunen Flusses am ockerfarbenen Himmel glüht. Boote gleiten langsam über das Wasser. Ein ausgemergelter Mann, der 20 Touristen gegen die Strömung an den Badetreppen entlang rudert. Von den Dächern der durcheinandergewürfelten Häuser wehen Drachen über den Fluss. Vor ein paar halb fasziniert, halb erschreckt wirkenden Europäern zieht sich der wohlhabende Pilger wieder an. Da der Fluss heilig ist, kann ihnen nichts passieren. Versuchen sie es doch auch mal. Dann wirft er seine leeren Shampoo-Tütchen ein paar Blüten hinterher, die auf dem braunen Schaum treiben. Sein Diener wartet am oberen Ende der Badetreppe mit einem Chai auf ihn. Untertitelung des ZDF, 2020